Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns ganz super einfach mit Docker eine eigene Cloud einrichten. Das heißt, einen eigenen Cloud-Service, wo ihr quasi Dateien hochladen könnt. Und ja, dazu braucht ihr nichts weiter als einen Rechner, einen Server am besten, auf dem tatsächlich dann Docker installiert ist. Wer nicht weiß, was das ist, bitte meine ersten paar Videos angucken. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich für die, die die ganze Zeit dabei geblieben sind. Aber es kommen viele Leute und gehen eben bei diesem Kurs genau auf dieses Video, wissen noch nicht, was passiert ist. Okay, also das heißt, wir wollen heute relativ simpel sogar uns einfach nur Nextcloud installieren. Nextcloud ist der Service, mit dem wir diese Cloud eben einrichten wollen. Und das machen wir, indem wir erstmal sagen, sudo docker pull. So, und hier einfach nur Nextcloud eingeben. Dieses Mal überhaupt nichts Kompliziertes mit irgendwelchen YAML-Dateien für Docker Compose. Nein, einfach nur Docker wird dafür verwendet. Klar, man kann auch Nextcloud mit Docker Compose verwenden. Dazu komme ich gleich. So, wenn ihr das gepullt habt, das dauert ein bisschen. Das Image ist nicht gerade klein, ist aber bei mir schon da und auf dem laufenden Stand. Das heißt, wir können hier machen sudo docker und dann können wir es tatsächlich schon runnen lassen, also laufen lassen im Endeffekt. Minus p, wir wollen den Port, wir könnten eigentlich Port 80 verwenden wieder mal. Und anschließend einfach nur Nextcloud starten. Das heißt, wir benutzen einfach das Image und starten es detached. So, und schon läuft das Ganze. Jetzt ist eure Cloud am Laufen. Das war eine Sache von, lasst mich kurz gucken, einer Minute. Das ist halt schon enorm, wenn man den Download abzieht. Und wenn wir jetzt mal auf unseren Localhost gehen und den aktualisieren, dann sehen wir hier, wir landen hier direkt bei Nextcloud. Können also direkt ein Administrator-Konto einrichten. Und da nehme ich einfach mal Admin, Admin. Keine Sorge, das läuft tatsächlich nur bei mir lokal. Also ihr könnt da nicht drauf kommen, das ist nicht irgendwie besonders gefährlich. So, und jetzt eine Kleinigkeit hier. Also wenn ihr jetzt hier schon direkt Installation abschließt, dann verwendet ihr SQLite als Datenbanktyp im Hintergrund. Das ist völlig okay und das ist auch okay so, wenn man das normal verwenden möchte. Wenn ihr allerdings viele Benutzer habt oder sehr, sehr intensiv auf dieses Ding drauf zugreifen wollt, also auf Nextcloud, dann ist SQLite nicht unbedingt empfohlen. Ähm, SQLite funktioniert wunderbar, das ist nicht das Problem, es ist nur ein bisschen langsam, zumindest manchmal. Das heißt, wenn ihr einen großen Server haben wollt, also zum Beispiel in der Firma Nextcloud verwenden wollt, dann solltet ihr hier entweder MySQL, MariahDB oder PostgreSQL nehmen. Und wenn ihr MariahDB oder MySQL oder PostgreSQL nehmt, dann müsst ihr hier einen Datenbankbenutzer und einen Datenbankpasswort und einen Datenbankname anwenden. Ebenso wie hier einen Port vielleicht hinten dran zu hängen, 3306 zum Beispiel. Ähm, und dann habt ihr die Möglichkeit, hier eben MySQL zu verwenden. Wie ihr das macht, das haben wir uns quasi schon in dem WordPress-Teil angeguckt. Dort haben wir tatsächlich auch eine eigene Datenbank gebraucht, die wir mit Docker Compose eingebunden haben. Daran könnt ihr euch orientieren. Das ist eure Aufgabe, das selber zu machen, sozusagen als kleine Übung, damit ihr damit warm werdet. Ansonsten schaut euch auch noch die Videos zu Docker Compose an, vielleicht fällt es euch danach noch ein bisschen leichter. Falls ihr es nicht hinkriegen solltet und dringend einfach nur wissen wollt, wie man einen Nextcloud-Server zum Laufen bringt, könnt ihr das auch einfach hier auf Nextcloud stellen und dann funktioniert das auch. Also, ich klicke jetzt einfach mal auf Installation abschließen und es dauert ein bisschen, weil im Hintergrund sehr, sehr viel gemacht wird, tatsächlich. Dauert ein bisschen, ich pausiere euch währenddessen. So, und da sind wir wieder. Das war es eigentlich auch schon. Jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, auf alles drauf zuzugreifen. Ihr seid hier quasi angemeldet als Administrator auch. Ihr könnt Dateien hochladen, runterladen, verschieben, was auch immer. Wir sehen hier, 12,3 Megabyte wurden bereits verwendet. Das sind einfach ein paar Demo-Dateien. Zum Beispiel unter Dokumenten liegt hier ein Nextcloud-Flyer. Das ist im Endeffekt alles an Ordnung stellen. Und hier könnt ihr dann tatsächlich, wie bei Google Drive oder sowas, einfach eure Nextcloud verwenden. Wenn ihr Fragen haben solltet oder irgendwie Probleme oder sowas, dann schreibt mir ganz gerne. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.